OER und Open Education, das ist nicht nur die Geschichte von Wissenschaft, von Forschung, von Projekten, sondern auch das sind Geschichten von Menschen. Und bei OER Info sind wir ja so ein bisschen auch sowas wie die Chronisten von OER. Wir wollen heute eine Geschichte von einem Menschen erzählen, von Chrissy. Chrissy, magst du dich zunächst mal selbst vorstellen? Wer bist du? Warum sprichst du so gut Deutsch? Und wo bist du, wenn du nicht gerade Interviews mit uns führst? Okay, ja, hallo. Mein Name ist Chrissy Naranzi. Ich arbeite und wohne und lebe seit 20 Jahren in Großbritannien. Ich arbeite in der Hochschullehrerdidaktik mit Akademikern. Und ja, warum spreche ich Deutsch? Nicht mehr so gut, aber Deutsch war eigentlich meine erste Sprache. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren. Meine Eltern sind Griechen, waren Politiker, Immigranten. Und als ich dann zwölf Jahre alt war, ging es zurück in die Heimat. Denn die Grenzen waren wieder offen und sie könnten wieder zurück. So, ich bin dann in Griechenland, in Athen, aufgewachsen und zur Universität gegangen. Ich habe Dolmetscherin studiert, Deutsch, Englisch und Griechisch jahrelang übersetzt und auch Deutsch unterrichtet. Aber in den letzten 20 Jahren bin ich ja nun in England und arbeite an einer englischen Uni, Manchester Metropolitan University. Und habe leider kein Deutsch mehr gesprochen oder gelesen. Meine Arbeitssprache ist Englisch. Und wir werden uns weiter jetzt auf Englisch unterhalten. Ich hoffe, dass es okay ist. Okay, wir switchen zwischen Englisch und Deutsch. Wie hat deine OER-Story begonnen? Wenn ich Deutsch Deutsch studiert, war das in B.C., vor diesem Jahr, wie ich würde es sagen. Und die Internet war da und du denkst, oh, da muss ich so viele Sachen da sein. Also habe ich angefangen, zu suchen, um die Ressourcen zu sparen, um meine Übungen zu sparen. Und während ich suche, um die Ressourcen zu sparen, habe ich tatsächlich ein fantastisches Softwareprogramm online, das eine Frau hat zusammengebracht, um eine sehr basische Sprache zu lernen. Und sie war für jemanden, für free, um das zu veröffentlichen in andere Sprache. Und ich dachte, oh, das ist fantastisch. Diese Frau hat das für free gegeben, und ich werde es benutzen, aber ich bin sehr froh, dass sie etwas zurückgebracht haben. So habe ich diese Frau geholfen, und sie hat sie geholfen. Und ich war da. Und das war eine fantastische Introduktion. Das war bevor wir sogar den Label, Open Educational Resources oder irgendwas. Das war nur etwas von meiner Seite, um zu geben. Nicht selbstverständlich, aber es war eine bessere Art und Weise, um zu tun zu machen. So ist das alles so angefangen. Seitdem habe ich dann angefangen, zu lernen, HTML zu lernen. Und ich habe meine eigenen Ressourcen. Again, bevor OER war da, habe ich sie online verwendet, für free auf der Website, das habe ich gesetzt, mit einem 10-jährigen Ressourcen, mit einem 10-jährigen Ressourcen. Und Leute in der Welt haben angefangen, mich zu sagen, oh, das ist fantastisch. Und ich habe viel Satisfaction aus dem, dass ich es wusste, dass die Leute diese Ressourcen benutzen, und sie haben sie benutzt, für sie. Also habe ich angefangen, zu entwickeln mehr. Ich habe dann, viele Jahre vorhin, über 300 Interaktive Aktivitäten, aufgrund der ÖPN-Source-Kode, die es möglich ist, und die ich konnte, um zu benutzen, um für Grieke zu benutzen. Denn in der Zeit, da gab es nicht viel aus. So ist das alles so angefangen. Dann habe ich eine Familie, Dinge veränderten, und ich habe in der Akademie-Developung, und ich habe angefangen, um ein Interesse zu entwickeln. Und ich habe verschiedene Qualifikationen. Aber die ÖPN-Education ist grundsätzlich Teil von dem ich bin, weil, nach meiner Vergangenheit, ich habe ein bisschen früher erklärt, auf Deutsch, ich habe in drei verschiedenen Ländern, in drei verschiedene Kulturen, und in jeder von ihnen, ich war ein foreigner. Und das kann sehr schwierig sein, und man muss sich auch aufmerksam sein, und man muss sich auch aufmerksam sein, zu verschiedenen Dingen, zu verschiedenen Perspektiven und Ideen. Und durch die Probleme, die ich habe, ich weiß, wie oft es oft sehr erinnert ist, wenn man nicht die Hilfe bekommt, und die Hilfe braucht. Also, wenn ich die Hilfe brauchte, und ich habe diese Hilfe von irgendwoher, ich dachte, das ist jetzt, wer ich bin. Ich weiß, dass ÖPN funktioniert, und ich weiß, dass ÖPN will nicht nur mir helfen, sondern die wideren Gemeinschaft. Also, es ist nicht ein Add-on, es ist Teil von, wer ich bin. Ich würde es nicht separieren. Wir haben jetzt ein Label, ÖPN-Education-Resources, ÖPN-Education, das ist fantastisch, aber ich denke, für mich, es ist etwas viel größer. Also, ich habe gelernt, von Ihrer Erfahrung, dass es nicht nur um Scheren-Resources, sondern auch um zu verbinden, Für mich ist es um zu verbinden, zu verbinden, zu verbinden, und das ist, was ich auch mit meinem Arbeit mache. Ich bin eigentlich eine Ideen-Person, ich habe viele Ideen in meinem Kopf, aber ich denke, wenn du Ideen für dich selbst und in deinem kleinen Kopf wirst du immer sagen, sie sterben. Sie können nicht aufwachsen, sie können nicht aufwachsen, wir können alle viel benötigen. Und, da sind wir hier für sehr wenig Zeit, warum nicht diese Planeten und unsere Leben ein viel besseres Platz für alle? Wir können das durch kreative Intervention erreichen, durch die ÖPN-Education, 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 und das ist das, das ist das, ich habe viele Jahre lang und ich habe Deutsch Deutsch aber ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, und ich möchte, dass du das verlassen, nicht auszulassen. Ich fühle mich nicht in der Lage, diese Messungen auf Deutsch zu kommunizieren. Ich würde gerne mal, vielleicht in einem Jahr, es wieder versuchen und ganz auf Deutsch zu machen. Vielen Dank. Wir kommen zurück zu diesem. Wir kommen darauf zurück. Vielen Dank. Danke nochmal. Tschüss.